In Schöpferfrau hast du als Handelsfahrer gekönnt, die im Eid von Ufa und Gunn gesucht die Spiele bei euch. Die Spiele hat jetzt mal vorbei, bevor es zu der Bände sie geht, kriegst du die Spiele aus Sotus auf der Schöpferfrau gesammelt. Ja, das ist schon mal eine Explikation, die haben das Spiel. Mir ist es ein ähnliches, das kommt zu einer themischen Attraktion, zu einem manierischen Spielzuhl. Aber darum geht es ja eigentlich. Wir spielen mal ein. 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 Wir spielen ein. Wir spielen mal 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 ein, das ist wirklich, dass sie doch so für unbenustig sind. Wenn wir Spieler sagen. Das haben wir ja auch bewiesen und das haben. Wir spielen mal ein. Und das haben wir ja auch in der Zeit. Wir spielen mal ein. Das ist ganz wichtig. Ja genau! Die voranste Ries drüchte ist. Er geht von Stärk zu Stärk und durchzieht durch. Die baut sich sehr auf. Baut sich mal hoch. Verflegt sich. Das hat sich auf der ersten Fall, da haben wir noch durchsimmig gemacht. Das ist eine Digitalisierung, das ist studierend. Das gehört hier auch meistens. Ein Materialien, Plotstrukturen, die zum Zümmerklappen, zum Zümmerzahlen, dann eben auf den Kamion, auf Bezug, das kann nicht studierend sein. Und noch nach der Region Sachsen von Führersalte. Ganz genau. Freizeitmotion, in der Freizeitkontrollregion, weil die Digitalisierung von der Arbeitsstraße kommt, auch mit dem Obdach oder Eisenbund dann noch Dynamisierung von den Leuten, das sind halt Achterbund, und auch mit dem Achterbund fehlt eine Bezug, ein Tischchen, zwar nicht von A und B, sondern von A und A. Soviel zu den Spielern, Abwechungssätzen, da hat das auch schon mal vorher aufs Tischchen.